Jetzt geht es sogar sehr bekannten Firmen an den Kragen. U.a. der Toilettenpapierhersteller Hakele ist pleite während der Corona-Pandemie. Sie erinnern sich, noch Krisengewinner, jetzt dann aber die Insolvenz. Grund die Krise, teuer Strom und teuer Gas. Ja, und auch der Schuhhersteller Götz ist insolvent. Seit fast 150 Jahren verkauft die Kette Schuhe jetzt ein Sanierungsfall. Und solche Meldungen werden wir jetzt wohl immer, immer öfter hören. Und auch der deutsche Mittelstand ist bereits am Rande der Verzweiflung. Einer der Gründe, diese Nebenkostenabrechnung. Die Gasrechnung von der Bäckerei Platz schockiert das ganze Land. Ein Preisanstieg von knapp 720 Euro im Monat auf fast 2600 Euro. Ein mögliches Todesurteil für den Handwerksbetrieb. Doch diese schlimme Rechnung ist tatsächlich aktuell kein Einzelfall. Es sind etliche Mittelständige und Kleinbetriebe, die gerade in ihrer Existenz massiv bedroht sind. Egal, wo man hinguckt, der Mittelstand leidet. Beim Blick auf die Nebenkostenabrechnung, Verzweiflung. Ich habe eben die neue Heizkostenpreise bekommen, die ab 1. Oktober gelten. Und da sind Preissteigerungen von bis zu 200 Prozent drin. Und das ist kaum zuständig für zwei Betriebe. Da geht es also in den sechsstelligen Bereich, die da oben drauf kommen. Und das ist nach zweieinhalb Jahren Corona nicht zu lassen. Thomas Metzmacher betreibt das Restaurant Eselei in Frankfurt. Dem 52-Jährigen graust es auch schon vor der Stromrechnung. Auch da rechne ich mit einer Erhöhung von mindestens 200 Prozent. Und da wird sehr viel mit Strom gekocht und gearbeitet in der Küche. Und da ist ein großer Verbrauch. Also da liegt bei mir in einem Gastronomiebetrieb schon bei über 100.000 KW pro Jahr. Und da muss ich einfach mit 50.000 bis 60.000 Euro Aufpreis rechnen. Bei Tim Korthüm, Bäcker aus Dortmund, ist die Situation dramatisch. Der Strompreis hat sich mehr als verdoppelt. Von 20 Cent die Kilowattstunde netto auf über 40. Und der Gaspreis hat sich fast vervierfacht. Von 3,5 Cent auf etwas über 13 Cent die Kilowattstunde. Das ist für uns natürlich echt extrem. Wir haben dadurch mittlerweile Mehrkosten von fast nur 110.000 Euro. Nur Mehrkosten durch die Energie, die man natürlich als kleiner Handwerksbetrieb gar nicht auffangen kann. Der Besitzer des Schürener Backparadies versucht alles, damit sein Betrieb überlebt. Hebt die Temperaturen im Kühlbereich, schaltet die Öfen schneller aus. Das reicht natürlich nicht, um das aufzufangen. Und man kann es auch nicht an die Kunden weitergeben, weil wir sowieso schon Probleme mit den Rohstoffkosten haben. Dadurch müssen wir wahrscheinlich privat auch viel reinstecken jetzt die nächsten Jahre in den Betrieb. Und sodass eigentlich der gesamte Gewinn wird natürlich aufgefressen. Vielen Betrieben droht der Untergang. Preisestrommelung ist nicht gut, weil als kleiner Unternehmer, wir verlieren unsere Kunden. Und denke ich, ich bin neu hier und seit letztem bin ich hier gekommen. Und jetzt einfach diese Zeit natürlich ist es schwer zu zahlen. Hekmat Alisadeh aus Berlin weiß nicht weiter. Der 27-jährige Bäcker aus Dortmund greift bereits in seine private Tasche. Wenn die Kosten dementsprechend steigen, muss ich natürlich privat auch viel Geld in den Betrieb einlegen. Und ja, dann muss man natürlich ein bisschen verzichten irgendwo auch mal auf Urlaub, eventuell auch ein, ja, klar im Auto gucken oder dass das Auto auch mal stehen bleibt oder ob man auch überhaupt alle Autos braucht. Und ja, vielleicht regional ein bisschen mehr machen, gar nicht so weit fährt. Spritpreise sind natürlich für uns auch enorm, da wir im Betrieb auch viel ausliefern. Ja, es ist halt echt eine schwierige Situation. Und ich denke, alle müssen da ein bisschen auch privat am Wohlstand einbüßen. Thomas Metzmacher muss die Kosten eins zu eins an die Verbraucher weitergeben. Da wird es viele geben, die das nicht akzeptieren möchten, aber es ist leider so wie das. Egal ob Wäscherei, Gaststätte oder Bäckerei, die Insolvenzwelle rollt. Viele Existenzen stehen auf dem Spiel. Der Mittelstand, die Säule der deutschen Wirtschaft droht einzustürzen. Das sind also die echten Probleme der echten Geschäfte, der echten Betriebe und der Restaurants. Und jetzt hören wir uns nochmal den Bundeswirtschaftsminister an, was er dazu sagt. Das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz verschleppt. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer ein größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also, das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass die Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter, über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen. Eine sehr eigenwillige Zusammenfassung. Dazu jetzt hier bei uns im Studio Bild-Chefredakteur Johannes Boje. Grüß dich, guten Morgen. Wie weit ist der Wirtschaftsminister aktuell von der Wirklichkeit entfernt? Guten Morgen erstmal. Absurd. Ja, es ist in der Tat vollkommen absurd. Denn das, was Habeck da ja einerseits beschreibt, ist eine klassische Insolvenz. Nämlich als Wirtschaftsunternehmen habe ich laufende Kosten, kann aber meine Produkte nicht mehr produzieren, folglich nicht mehr absetzen, verkaufen, habe also keine Einnahmen, aber Ausgaben. Das führt in die Insolvenz. Die ist in Deutschland übrigens auch gesetzlich ja sehr streng geregelt. Also es gibt Insolvenzverschleppung. Heißt, er beschreibt etwas und leugnet aber, dass er das beschreibt. Das sind eigentlich gar keine Insolvenzen. Und da erkenne ich einen Wirtschaftsminister, der die Realität nicht mehr wahrnehmen möchte. Vielleicht ja deshalb nicht, weil sie die Folge seiner Politik ist. Habeck hat ja auch gesagt, er sieht keine Insolvenzwelle auf uns zurollen hier in Deutschland. Wie siehst du das? Ich sehe eine riesige Insolvenzwelle auf uns zurollen. Das ist klipp und klar. Wir haben in Bild immer wieder jetzt auch Unternehmen beschrieben, die es einfach nicht mehr schaffen zu produzieren oder die ihre Dienstleistungen nicht mehr anbieten können. Und die gehen in einem Fortinsolvenz. Wir hatten zum Beispiel eine Wäscherei, die die Stromkosten nicht mehr bezahlen kann. Sie sind in der Wäscherei natürlich besonders hoch, weil die Waschmaschinen die ganze Zeit laufen. Das kann man nicht einfach aus der Marge nehmen, also aus dem, was eigentlich beim Unternehmen hängen bleibt. Das ist zu wenig, um diese explodierenden Kosten zu tragen. Es gehen schon Unternehmen insolvent. Und da würde ich mir und ich glaube auch viele Bürgerinnen und Bürger außer mir sich einen ganz anderen Wirtschaftsminister wünschen, der auf dieses Thema wirklich eingeht, statt es zu verleugnen. Aktuelle Beispiele, Hakel, Götz, der Schuhhersteller. Was ist dein Eindruck? Schafft es der Wirtschaftsminister Habeck noch? Ist er überfordert? Kann er das noch? Er ist vollkommen überfordert. Und zwar erkenne ich hier einen Wirtschaftsminister, der zwischen seiner Ideologie und dem Notfall, in dem wir uns eigentlich befinden, nicht den richtigen Weg findet. Er verharrt wahnsinnig an dem, was seine Partei, die Grünen, seit vielen Jahrzehnten gefordert haben. Und das Allerschlimmste und Erstaunlichste auch gestern in diesem Clip bei der ARD, den wir gerade eben gesehen haben, finde ich, ist eine Stelle, die zeigt, wie er sich da verheddert. Nämlich er flüchtet sich in Selbstmitleid und Lahmoyanz. Es gibt eine Stelle, da sagt der Wirtschaftsminister dieses Landes, er selber habe es ja schon lange nicht mehr geschafft, mal in Ruhe zu frühstücken oder selber zum Bäcker zu gehen. Da kann ich nur sagen, viele, viele Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sind in allergrößter Not. Die haben Sorge, dass sie im Winter heizen können. Die haben Sorge, dass im Winter das Licht ausgeht. Und dass da der Wirtschaftsminister, wenn er nach einer Insolvenzwelle gefragt wird, davon berichtet, dass ihm die Zeit für ein ausführliches oder ein gemütliches Frühstück fehlt, das ist völlig daneben und da sieht man, wie er sich verirrt. Also kein Mitleid von deiner Seite? Wenig Mitleid mit Leuten, die gewählt sind und die auch jetzt in dieser Notsituation eigentlich ganz anders handeln müssen. Der Bundeskanzler hat ja klar gesagt, es kommt jetzt eine Zeitenwende. Ich finde nicht, dass die Regierung, der der Bundeskanzler vorsitzt, vorsteht und schon gar nicht der Wirtschaftsminister das einlöst. Und das sieht man ja auch beim Thema Atomkraftwerke, das Habeck gerade auch versiebt hat. Das sind ja die grünen Kernthemen. Kohle, Ausstieg und AKW-Ende. Und die von vielen Geforderten, die geforderte Rolle rückwärts, da tun sich die Grünen ein bisschen schwer. Gefährden Sie damit nicht auch den Wohlstand dann von uns allen mit Blick auf den Herbst und auf den Winter? Doch Lisa, da hast du vollkommen recht. Das tun sie. Und auch beim Thema Atomkraft sieht man den Wirtschaftsminister Habeck schwanken zwischen dem, was seine Partei einfach seit vielen, vielen Jahrzehnten fordert. Atomausstieg, eine Welt ohne nukleare Technik und so weiter und so fort. Und aber der unbedingten Notwendigkeit, jetzt die Atomkraftwerke laufen zu lassen. Und herausgekommen ist eben ein fauler Kompromiss. Man lässt die Atomkraftwerke irgendwie so halb noch für drei Monate in der Hinterhand, lässt sie aber keinen Strom produzieren. Nur wenn es zu extremen Notlagen kommen würde, würde man sie wieder hochfahren. Dabei sagt wirklich jeder Experte, jeder, der sich mit Strombedarf auskennt, Es ist jetzt ganz klipp und klar an der Zeit in der Energiekrise, bei der Verzickfachung der Preise das Angebot zu erhöhen. Und also möglicherweise nicht nur die drei Atomkraftwerke, die im Moment noch laufen, am Netz zu lassen, über den 31.12. hinaus, sondern sogar die drei, die letztes Jahr abgeschaltet wurden, wieder zu reaktivieren. Andere Länder, daran möchte ich nochmal ganz kurz erinnern, bauen Atomkraftwerke. Und das ist einfach eine vollkommen absurde Politik. Die Grünen müssen in der Gegenwart regieren, sind in der Vergangenheit gefangen. So wird es nichts. Isoliert er uns damit weiterhin? Also wenn du schon sagst, dass andere Länder in Europa das eigentlich nicht teilen und dieses Ende der Atomkraft nicht nachvollziehen können, nimmt er uns da zu sehr raus? Ja, natürlich. Also ich höre es aus den USA, ich höre es auch aus vielen europäischen Ländern, wo man sagt, okay, die Deutschen nehmen sich in einer globalen Krise mit dem Aggressorussland, mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, mit der Aggression durch China, mit einem extrem steigenden elektrischen Energiebedarf, im Übrigen auch durch die Elektrifizierung zum Beispiel der Automobilbranche. Ja, immer mehr Autos fahren ja mit Strom. In diesem Zeitraum nehmen sich die Deutschen raus, etwas ganz Besonderes, etwas ganz Eigenes zu machen. Sie wissen es besser als alle anderen Länder oder als die allermeisten anderen Länder, meinen sie. Und das wird uns natürlich im Ausland übel genommen, keine Frage. Und die deutschen Atomkraftwerke zählen ja auch zu den sichersten und saubersten der Welt. Deutschland ist ja in den letzten Jahren, hat als eine der führenden Industrienationen auch gegolten. Haben wir es uns vielleicht zu gemütlich in dieser Position gemacht? Haben wir uns zu lange darauf ausgeruht? Ja, ich sehe das genauso. In Deutschland haben eben die großen Industrien immer den Wohlstand gesichert. Was Deutschland und das auch bereits unter der Regierung von Angela Merkel vollkommen verpasst hat, ist der Anschluss an ein neues Industriezeitalter. An das Industriezeitalter der großen Start-ups, also der Firmen, die ganz kleinen jetzt neu gegründet worden sind und die dann mit digitaler Technologie ihre Länder wirklich nach vorne bringen. Das hat Amerika hervorragend geschafft, wo praktisch sämtliche Digitaltechnologie, die wir hier einsetzen, kommt entweder aus Amerika, teilweise leider auch aus der Diktatur China. Wir haben es nicht geschafft, eine eigene Industrie aufzubauen. Wir schalten sogar noch die Industrien ab, die typisch für uns sind, darunter die Nuklearindustrie, die Atomkrafttechnik. Und das führt wirklich in eine düstere Zukunft. Wir sehen die Anzeichen einer Deindustrialisierung in Deutschland und eines Endes des Wohlstands in diesem Land. Das muss man klipp und klar sagen. Und da hilft es dann eben auch nicht, wenn der Bundeswirtschaftsminister es sich einfach schön redet. Die Fakten sprechen für sich. Droht uns da ein kompletter Absturz? Ja, auf jeden Fall. Bedauerlicherweise ist das so. Es gibt natürlich immer auch wieder mal Hoffnung. Ich würde gerne auch mehr Hoffnung verbreiten. Aber wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel der Anteil der erfolgreichen Firmen Deutschlands am Gesamtanteil der erfolgreichen Firmen in der Welt kontinuierlich abnimmt, da muss man sagen, leider fangen wir an, uns von der Weltspitze zu verabschieden und laufen in wirklich ernsthafte Probleme rein. Das ist leider eine Analyse, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle Hoffnung gibt. Auch in Deutschland gibt es erste Start-ups mittlerweile. Kann die Politik das Ruder noch rumreißen? Was müsste jetzt passieren, dass das eben nicht so endet? Die Grünen müssen mit der Realitätsverleugnung aufhören. In der Außenpolitik haben sie das schon vor langer Zeit getan. Da muss ich auch sagen, macht Annalena Baerbock in aller Regel einen sehr, sehr starken Job. Auch wenn ich mit Details ihrer Politik nicht übereinstimme. Aber da haben sie sich super klar positioniert. Und meine große Hoffnung ist, dass sie, solange sie in der Regierung sind, es ihnen auch mit der Energiepolitik wirklich gelingt. Ich habe aus der Partei gehört, dass Jürgen Trittin, das Urgestein der Grünen zum Thema Atomaustritt, soll mit Austritt aus der Partei oder mit einem riesigen Aufschrei in der Partei gedroht haben, sollten die Grünen an der Atomkraft festhalten. Da kann ich nur sagen, klasse, da hätte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jürgen Trittin verschwindet endgültig von der Bildfläche. Und die Atomkraft läuft weiter, die Energie ist ein bisschen besser gesichert in Deutschland. Also ich hoffe, dass die Grünen zu einem vernünftigeren Pfad zurückfinden. Das hoffen wir alle. Vielen Dank, Chefredakteur Johannes Boye. Danke für das Gespräch. Danke euch.